Dass man aus Altholz wahre Kunstwerke fertigen kann, beweist die Firma Hamminger Baustoffe in Gorten. In diesem Unternehmen dreht sich alles um den Baustoff Holz in historischer Form. Jenes von alten Mooreichen verwenden die Mitarbeiter zum Beispiel, um daraus formschöne Wandvertefelungen in den verschiedensten Varianten herzustellen. Aus dem besonderen Rohmaterial entstehen aber auch Bohlen in bester Qualität und allen Längen für optisch eindrucksvolle Fußböden. Sie möchten ein innovatives Holzerzeugnis speziell für den Außenbereich? Inhaber Josef Hamminger stellt Ihnen gerne die vielfältigen weiteren Möglichkeiten der Bearbeitung vor. Individuelle Aufträge sind eine willkommene Herausforderung für das bestens geschulte Team und werden stets zur vollsten Kundenzufriedenheit umgesetzt. Hamminger Baustoffe ist ein Profibetrieb mit großem Know-how und langjähriger Erfahrung. Hier steht außer Frage, dass Kunst von Können kommt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.